Herzlich Willkommen bei Skellis Craft und damit Willkommen zurück zu Minecraft Story Mode Season 2 und zwar zur Folge 4 unter dem Grundgestein und ohne weiteres Gelaber würde ich sagen los geht's. Vorher auf Minecraft Story Mode Die Admin, ein Villain, der kann sich jemanden mit einer Waffe seiner Hand zu werden. Wie hast du einen Wunsch, der nicht genau wie er sieht? Wie hast du einen Wunsch, der wirklich ist? Nicht jeder kann einen Trickster hinweg. Einige, ihn mit ihr. Einige, ein Wunsch, wenn sie Angst haben. Kein Wunsch, dass dieser Wunsch ändert dich. Es kann dich in einen Heroin sein. Oder etwas anderes. Wenn es ein Wunsch ist, ist, dass du eine Wunsch, wenn du einen Admin bist. Du wirst niemals wissen, was könnte passieren, wenn du zu tief spätst. Aber sind wir jetzt wieder in diesem Keller, wo wir letztes Mal so ein riesen... Und ein Mann, der sie sehen haben. Es ist ein Lachen. Das war ein Das war ein Das war ein Das war ein Fils Batman Das war ein Dada Dada Ah ja die dritte Atmen ist ja getötet worden Es war lange genug für die Welt zu verändern. Ich wusste, was Romeo zu tun hat, aber trotzdem, zu sehen es so. Romeo? Die Admin. Oh! Es ist schlimmer als ich dachte. Erinnerung, Schock. Es war ... ... lang. Oh Gott. Learn to have a better poker face, sweetheart. Don't let him see your fear. Fred's keep is that way. Want to defeat Romeo? The weapon's in there. That sounded vaguely ominous. Ja, das ist der Ismail, Mann. Ja. Hm. Und er ist nicht besonders glücklich. Oh-oh. Äh, Run. Ups. Blalalala. Oh. It would be great, if I could go one day, just one day, without seeing something new and completely terrifying. So that thing is another Admin created monstrosity. Uh-oh. Hi. Hello. Hello. So mesmerizing. Not in the eyes, Radar. Don't look at its eyes. Sorry, Jesse. I don't know what happened. It was just... hypnotic. So big. And glowy. Go! Go! Ah! Ne, Citizensen! Oh! No! Gibальное Porcher! Hey! D privileges! toma! Untattranken! Ja, na.. Nein nein nein. Nein nein nein. Schon fast fertig. So perfekt, jetzt ist es schon besser. Vielleicht sehe ich dort, wenn ich die Tasten drücken muss. Danke. So, jetzt. Genau. Und jetzt noch den letzten Jump. Perfekt. Freds keep lies just on the other side. And we'll have some cover from that thing. Juhu. Hä? Das ist wahrscheinlich der Admin, der uns verfolgt. Telltale game presented. In Zusammenarbeit mit Mojang. Minecraft Story Mode Season 2. Oh nice, Creepers sind auch noch hier gefilter. Und Spider und Zombies. Jetzt fällt nur noch Skeletten oder so am Zeug. Hey, du hast die Kamera rumgeschmissen. Wiedersehen. Gut. Jetzt wird's das Kiste. Ab jetzt zu sehen. Ja. 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 Oh hey Spider. It's nice, it's a little bit nice. What? What happened to it? Wow, you kind of oversold this one. This place looks terrible. I didn't know. It was beautiful. It was... Is that your turn in totally gone up there? This is your town? What has he done to it? Hang on. I just need to see if it's still here. We have to keep moving. No telling what the admin is up to in Beacontown. And they'll all think it's me. Get out of here you fucking carpet. Get out of here. That's that's Lama in the hole. No, this dumpstack of wool won't leave me alone. Disgusting spit everywhere. Not good for anything. No useful skills. Can't make maps. No sense of humor. I'm terrible conversationalist. I don't think the problem is with Luna, Jack. What? Don't you think this might be because you miss Nerm? I... Yeah... You're probably right. Yeah... I thought I was wrong. I'm sorry. You're coming back, Jack. I don't know how yet, but we're not gonna forget him. Yeah... I... I appreciate that, Jesse. Years without sleep. Years! Only rest is at home. Won't rest until I get there, I said. But there... And this... My bed! Come on! She is as aravel Geneva. Really? Could she be any more melodramatic? Yeah... I have no idea. That's not right. I'll tell you something... Good luck with that. Hey, komm zurück. Du könntest mir vielleicht erklären, was los ist, anstatt mich so böse anzugucken. Und jetzt mediziert sie, oder was? Zara, was du hier machst? Es ist ein Portal. Was? Ein Portal. Es ist zerbiss wie alles andere. Just leave me hier. Oh, okay. Das, 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 das. Okay, wir können immer das tun, wenn du uns helfen kannst. Ich bedanle mich. Aber was ist das Portal? Wo geht es denn? Nichts, natürlich. Es zerbiss. Dämonitäration, extrem. Nein. Nein. Ich weiß nicht, ob ich kann. Er sagt mir nichts, meine Ville. Du wirst nur stehen da und schauen, nicht wahr? Ja. Stopp' es. Oh. Ich verstehe. Ich verstehe. Es geht nicht. Schau mal. Schau mal wo du bist. Aber du wirst noch nicht. Warum? Ich verstehe. Ich verstehe. Die Admin hat die Menschen, die ich überleimt. Ich will nicht. Keine von ihnen. Keine von ihnen. Ich hole mich auf Fred's weapons und fuhr ihn. Oh, gut. Es wird nicht funktionieren ohne eine Personal Objekt. Eine andere Sache mit einem starken Verbindung mit Romeo. Das ist ein Teddybier. Spide. Run. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nice. Ach komm schon. Tuck. Tuck. Und back. Genau. Das hat ich auch gemacht. Ja. Oh nein. Ach komm schon. Ach komm schon. Jack. Oh. Und wir befinden uns auf Keith. Ja. Ja. Das ist ein Jason. Ja. 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 Ich zahle gerne einen Powder. Ja. 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 Ansonsten könnte er auch sterben, äh, äh. Keine Ahnung. Ist das doch überhaupt lauwe? Ja. 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 Jesse, ich bin so glücklich, dass du okay bist. Wo ist Jack? Er hat es nicht gemacht. Vielleicht lebt er noch nicht mehr. Wer weiß. Nein. Oh nein. Jack. Er kann nicht sein. Jesse? Er wird gut, richtig? Entschuldigung. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich nicht... Nein, Jesse. Das ist nicht auf dich. Du sagst, dass es ein accident war. Das bedeutet, dass es zu jemandem gab. Wait. Was ist Luna? Was ist sie? Sie ist eine Schmerz-Schnippe, nicht wahr? Schmerz-Schnippe, nicht Jack. Ich glaube, dass Luna hier viel helfen würde. Was hast du sie gefragt? Nein. Dann halt. Nein. Ich glaube, das ist wie sie die Möbel entfernen. Nein. Hallo. Dann, dann, dann. Dann, dann. 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 Wieder über trades. Fertig sind mich besser. Dann wieder promoten, bis sie bei Steven Specificallyk before zu verwenden werden? Ja! Okay, übertreib mich. Pssst, pssst, pssst. Danke. Look at that. Pssst, pssst. Welcome to Fred's Keep. My name is Binta. Bonjour. This is the part where you tell me why you're here. We're looking for a weapon that belonged to Fred. Supposed to be hidden in his home. Maybe we could take a look? Fred's house is sacred. And locked. No one enter unless they win the contest. No one. It's how we honor Fred. Even I only enter through his doors on special occasions. Okay. This is some kind of trick, right? No, it's a trivia contest. The door is locked until the contest is won. No amount of arguing will change that. Okay. 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 Minecraft Wiki, open. Oh yes, we will begin with Deadbush. Redbush. Und wir zerstören ihn direkt. Alle Noobs werden uns hassen. Nice. Danke. Die weiss sicher nichts. Ähm... Dort hinten ist nichts. Der hier sollte etwas wissen. Ja. Du bist derjenige! Derjenige, der mir denkt, dass sie mich als ein glattfreundsalter von Fred finden können. Ja. Du, dieser. Aber ich werde dir etwas sagen, Erkranker. Ich bin der glattfreundsalter von Fred. Das bedeutet, dass ich immer gewinnen. Und das bedeutet, dass Du verlierst. Also, gute Glück! Ich weiß gar nicht, was mit dem zu tun. Das ist auch das, was ich auch benutze. Und warum ich meine Muscheln super, super ernsthaft nehme. Super ernsthaft. Cool, ja, sicher, macht Sinn. Bye-bye. Also der hier will uns nichts sagen. Aber wir wissen jetzt, dass sein favorite Tool eine Diamond Hole ist. Warum auch immer. Die da hast du uns irgendwie, aber wir können sich trotzdem fragen. Ups, man kann nicht schaffen. Vorher vergessen. Und wenn ich jetzt trotzdem diese... Oh. Ehh. Ja. Also die da weiß ich irgendwie nichts. Wahrscheinlich an Terra vielleicht. Hallo. Wo ist dein Hund? Dann können wir vielleicht den Hund... Ah, da. Aufheben. Ja. Du bist... Wow. Du bist wirklich süß. Ja. 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 Du bist. Ja. 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 Nice. Große Stippe. Nice. Also, wir haben Diamond Hole und Kreiselstippe. Und jetzt Wanda, oder? Okay. Jetzt benötigen wir eigentlich eine Craftingbench. Und diesen Knopf nehme ich mir trotzdem. Danke, da. Yay. Kann ich es ihm nicht geben? Und jetzt noch streichen. Du bist ein guter Hund. 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 Okay. Okay. Und jetzt noch nicht. Bye-bye. Oh, ist hier eine Craftingbench bitte? Da muss doch eine verfluchte Craftingbench sein. Nee. Ah, da. Da. Yeah. Zigzag laufen. Yay. So. Jetzt haben wir es. Verwenden. Müssen wir jetzt noch einen Deadbush holen. Ja, aber wir haben doch schon... Ah, wir haben doch schon wieder etwasizzet. Aber ich weiß nicht, dass man ja jetzt den Radar schreibt. Ja, stimmt. Mit ihm haben wir noch nicht geredet. Aha. Oder dann halt den hier. Danke Sir, jetzt haben wir genug, jetzt haben wir 8 Sticks und ein Stück Wolle, das heißt wir können uns jetzt ein Gemälde craften, hey, so, danke, dann nehmen wir Sticks, und jetzt noch die weiße Wolle und Voila, äh, Stelle, okay, danke, okay, danke, oh, das wollte ich nicht wissen, danke, so, kann ich jetzt anfangen, oder, nein, nein, ich will nicht mit dir, die will in Ruhe, dann beginnen wir mal das Quiz, ja, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, Asus, juhu, 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 Wir sagen mal einfach nichts, okay, Okay, okay. nur der kopf oder was also 1 2 3 also wir machen mal 1 2 3 das das und das 2 hoch es hat doch gar kein... es hat nur... ich nehme ein grün voilà und jetzt brauche ich wahrscheinlich... es hat gar nicht alle Farben die ich benötige hier mhm, dann müssen wir das 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 kaputt machen, wieder hinstellen und... was da kann ich auch nicht raus bauen ernsthaft, egal dann bauen wir halt hier nein nein perfekt und jetzt weiß hier und hier hier und hier äh, rot hier und das sieht einfach sehr klar aus, aber egal mhm, hm, 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 und jetzt noch ganz grün hier, hm, Oh This is perfect